Ja, dann hallo, ich bin Hendrik und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über WLAN. Yo, Wi-Fi sucks ist ja so eine Aussage, die man immer mal wieder hört. Jetzt erstmal zur Struktur meines Talks. Erstmal sage ich kurz ein bisschen was zu mir. Dann die Problemstellung, die wir überhaupt haben mit WLAN. Dann gehe ich ein bisschen darauf ein, was man für Hardware gerne haben möchte, welche Eigenschaften die aufweisen soll. Ein bisschen was zur RF-Planung, weil das ist ja Hochfrequenz und Hochfrequenz ist immer so ein bisschen Marquis mit bei, was man so beachten muss. Standortplanung, dass man nicht irgendwie irgendwas hinstellt und denkt, es wird irgendwie funktionieren, sondern dass man sich ein bisschen Gedanken macht. Dann habe ich eine Slide zum Thema Sicherheit. Wie stütze ich meine User und mich selbst auch ein bisschen, wenn ich Leuten Zugang zu meinem Netz gebe. Und dann ein kleines bisschen Fazit. Ich bin Hendrik, 22, studiere am Karlsruher Institut für Technologie Elektrotechnik. Bin dort beim Rechenzentrum Netzwerk-IWI. Kümmer mich ums WLAN aktuell und um den WLAN-Controller. Ich mache Freifunk noch nebenbei, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Amateurfunk auch, daher auch mein IRC-NIC, DO9X-E. Und ja, generell irgendwie habe ich viel mit Elektronik und Netzwerk jetzt am Hut und mache jetzt auch für euch das WLAN hier auf der GPN. So, WLAN an sich ist ja für zu Hause immer total cool. Man hat seine Fritzbox und man kann auf seiner Fritzbox WLAN nutzen. Und das ist alles so gut und so schön, bis Wände ins Spiel kommen. Und Stahlbeton. Und geschirmte Kammern mit Kupferwänden. Und das zieht sich auch in öffentliche Räume jetzt rein. GPN, Universität, Bibliotheken. Dass man immer mehr Bring Your Own Device hat. Das ist so ein schönes Buzzword-Bingo, was man da spielen kann. Bring Your Own Device, Internet of Things. Immer mehr ist kabellos, weil Leute haben keinen Bock mehr auf Kabel. Jeder User hat mehrere Devices. Das sehen wir hier. Das ist die Durchschnittsanzahl der WLAN-Geräte, die jeder User mit sich führt. Stand 2014. Und da ist schon zu erkennen, dass wir mit Deutschland mit 2,4 Geräten pro User noch im Mittelfeld liegen. Also in den Niederlanden ist das schon ein bisschen mehr eskaliert. Diese Zahl werde ich später als die sogenannte Take Rate referieren. Wie viele Geräte der User mitbringt. Dann ist WLAN ja ein Shared-Medium. Wir haben nur eine Luft. Und das heißt, Luft ist als eine einzige Kollisionsdomäne anzusehen. Ein Layer-2-Netz sozusagen. Da muss man natürlich ganz viel optimieren. Wir haben bei den einzelnen Kanälen Interferenzen durch Nachbarkanäle. Wenn ihr euch zu Hause gewundert habt, warum euer WLAN scheiße ist, dann habt ihr wahrscheinlich in der Fritzbox einen anderen WLAN-Kanal euch hingeklickt, wo weniger SS-IDs von euren Nachbarn drauf sind, um das Ganze ein bisschen zu verbessern. Da das alles eine Kollisionsdomäne ist, können wir auch immer nur ein bisschen Airtime pro Device alloziieren. Auch wenn wir mehrere Assess-Points auf einem Kanal haben, können diese Assess-Points nicht alle gleichzeitig senden. Die müssen sich irgendwie diese Airtime aufstückeln. Und das macht natürlich viele Probleme. Wie jetzt hier in diesem Saal haben wir auch vieles Devices auf wenig Raum. Wir sind jetzt, hier passen 100 Leute in den Saal. Das heißt, wir haben hier ungefähr mit 200 bis 240 WLAN-Geräten zu rechnen. Ihr sitzt alle ziemlich eng und hf-technisch ist das eine Katastrophe. Ihr seid alle zu 70 Prozent aus Wasser, ihr schirmt tierisch ab. Ist doof. Und wir haben auch immer sehr hohe Erwartungen der User. Aussage, your Wi-Fi sucks. Die User erwarten schnelles WLAN. Sie erwarten keine Verbindungsabbrüche. Sie wollen in der Vorlesung in Full HD Netflix schauen. Und zwar alle. Ich bin auch Student. Aber wir müssen auch beachten, wir haben eine Sicherheit der Daten, erwarten die User. Die User möchten nicht, dass irgendwie, wenn sie in der Vorlesung gucken, wie viel Euro sie noch für den Rest des Monats haben, dass irgendjemand auf deren Konto zugreifen kann und die Daten wegsniffen kann im WLAN. Und sie erwarten ein einfaches Login. Kein User hat Lust, irgendwie groß anzufangen, zu konfigurieren und ewig lange dafür was zu tun, dass sein WLAN funktioniert. Aber grundsätzlich sage ich immer, die User erwarten einfach zu viel. Weil wir bekommen dann teilweise an unser Ticketsystem solche Texte. Er beschrieb erstmal, was er für Hardware hat und wo er sich aufhält. Und dann schrieb er, in Folge dessen ist die TX-Rate teilweise im unteren zweistelligen Mbit-Bereich. Statt 867 Mbit bei zweifachen Mimo-AC-WLAN. Und ich dachte mir so, du sitzt in einem Hörsaal, da sitzen 500 Leute, ist vielleicht ein bisschen optimistisch, da ein Gigabit über WLAN zu erwarten. Deswegen, das war so ungefähr mein Gesicht dann. So, seriously. So, zum Gesamtsystem. Wenn man ein High-Density-WLAN-Deployt, möchte man kein Open-WRT oder andere Open-Source-Varianten benutzen. Weil die funktionieren ganz super für zu Hause. Für Freifunk funktionieren sie auch super. Das Problem ist einfach nur, wenn man es auf High-Density-Deployments sieht, ist es nicht so toll. Man hat Treiberprobleme teilweise oder irgendwelche grundlegenden Implementierungsprobleme, dass einfach irgendwelche Funktionen nicht verfügbar sind. Ich weiß jetzt von einer HFG. Die verwenden Open-WRT auf ihren Assess-Points und die sind gerade dabei ein bisschen zu debuggen, weil es einfach Treiberprobleme gibt. Man möchte sein Gesamtsystem controllerbasiert haben. Man möchte nicht jeden einzelnen Assess-Point konfigurieren und zu jedem Assess-Point hinlaufen. Die alten LAN-Com-Systeme zum Beispiel sind auch alle noch Turnschuh-Managed. Wenn wir da was ändern wollen, dann sitzt mein Chef da und klickt jeden einzelnen Router durch und ändert das. Noch ein Problem. Er muss dann auch auf allen switchen, wo ein LAN-Com-Assess-Point dranhängt. Also die sind schon ein bisschen älter, die unterstützen auch nur, ich glaube, BG und maximal N. 2,4 Gigahertz. Deswegen, er muss zu jedem Assess-Point das VLAN wieder hinrouten. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Aufwand. Deswegen ist es immer ziemlich cool, den sogenannten Tunnel-Mode zu verwenden, dass der unterstützt wird. Unsere Aruba-Assess-Points, die wir jetzt hier haben, unterstützen das auch, die machen das auch gerade. Wir müssen das VLAN für die ganzen SS-IDs nicht überall hinrouten. Wir haben das einmal zum Controller geroutet, da liegt das an und der SS-Point baut jetzt einen Gray-Tunnel auf zu unserem Controller und schiebt da die ganzen Daten durch und alles ist gut, weil wir müssen nicht mehr den Kram lokal terminieren. Auch toll ist, dass wir keine vollen Uptables mehr haben und alles als Unicast läuft. Das ist auch immer sehr schön, weil man dann auch nicht mehr so stark ausgelastete Netzwerk-Hardware vor Ort hat an den Switchen. Virtual-AP-Fähigkeit ist auch immer ganz toll. Virtuelle APs sind sozusagen die einzelnen SS-IDs, dass man Profile anlegen kann und dann einen virtuellen AP zum Beispiel jetzt für unser GPN-WLAN, der das jetzt mit 802.1x gesichert ist und einen virtuellen AP für das offene GPN-WLAN. Weil dann kann ich jetzt nämlich auf jeden SS-Point kann ich dann sagen, der unterstützt jetzt diese virtuellen SS-Points. Oder ich sage, diese Gruppe an SS-Points unterstützt jetzt diese virtuellen SS-Points und in diesen virtuellen SS-Points ist schon festgelegt, wie ist die Authentifizierung, Optimierungen, Adaptive Radio Management, dazu komme ich später noch mal, was das Ganze einfach viel angenehmer zu managen ist, weil ein guter Admin arbeitet nicht. Das System arbeitet für ihn, es funktioniert. Und man arbeitet dann auch weniger, wenn man dann doch mal was konfigurieren muss. Zur Hardware von eurem WLAN, ihr wollt unbedingt Dual-Band benutzen. Wir haben heutzutage ein Verhältnis von ungefähr ein Viertel 2,4 Gigahertz zu drei Viertel 5 Gigahertz. Auch jetzt hier auf der GPN. Teilweise sehe ich das im Real-Life dann einfach so, dass wir zum Beispiel im Audimax vom KIT haben wir 10 5 Gigahertz User auf einen 2,4 Gigahertz User. Das ist natürlich noch mal ein bisschen andere Umgebung, aber 5 Gigahertz kommt und 5 Gigahertz ist schön. Es macht Spaß. Wir haben so viele Kanäle dort, dass wir unbedingt 5 Gigahertz unterstützen wollen. Problem bei 5 Gigahertz, DFS. Das DFS ist dazu da, damit Wetterradars erkannt werden und diese Wetterradars dann umgangen werden, dass wir dort keine Störungen mit unserem WLAN machen. Wichtig an diesem Punkt. Leider muss ich wieder sagen, OpenWRT hat zwar eine DFS-Implementierung, die soll angeblich auch funktionieren, aber sie ist nicht lizenziert. Das Problem mit diesen DFS-Implementierungen ist, die müssen lizenziert sein und wenn sie nicht lizenziert sind, sind sie leider illegal, auch wenn sie funktionieren. Das ist das Problem daran. Deswegen guckt, dass ihr dann irgendwie Hardware habt, die das vernünftig lizenziert unterstützt. Wir wollen auch 802.11ac unterstützen. Nicht, weil wir jetzt 160 Megahertz breite Kanäle machen und unsere User irgendwie schön ihr Gigabit über WLAN durchkriegen. 802.11ac bringt nämlich noch was weiteres mit, das 256QAM. Das ist ein Modulationsverfahren und mit diesem Modulationsverfahren kriegen wir halt eben noch mal mehr Daten durch. Auch mit schmalen Kanälen kriegen wir dann mehr Daten durch, als mit älteren Modulationsverfahren von älteren WLAN-Standards. Wir wollen 3x3 MIMO haben. Das ist so, was man überall so schön liest. In Wirklichkeit sind das sogenannte Spatial Streams und das sind sozusagen drei eigene Streams. Und hier auf IGPN, ich habe das so als Faustformel, kann ich das jetzt sozusagen nennen. Mein Laptop hat zwei Spatial Streams, ich kriege 100 Mbit übers WLAN. Ich hatte auch jemanden jetzt schon mit seinem Handy, drei Spatial Streams, 150 Mbit. Das kommt immer drauf an, aber je mehr Streams man hat, desto besser ist es und desto schneller kriegt man die User sozusagen abgefertigt, wenn sie gerade Daten senden oder Daten empfangen. Man möchte seine SS-Points mit Gigabit LAN anbinden, weil 100 Mbit werden ab und zu mal ein bisschen voll. Das sind dann meistens eher einzelne Leute, aber speziell, wenn wir Dual-Band-Geräte haben und das auch ganz gut ausgelastet ist, kratzt man dann schon teilweise mal an der 100 Mbit-Grenze. Ist nicht oft, aber es passiert und deswegen möchte man das haben. 224 Mbit übers WLAN. Super, ein Applaus für Mick. Und Mick hat auch gerade 802.1X benutzt, natürlich, weil 802.1X möchte man haben. Die SS-Points tunneln zwar zum Controller, aber wie ihr alle wisst, es gibt mittlerweile sogar Provider, die innerhalb eines Greh-Tunnels filtern und sperren. Gibt es. Ist doof, weil man in den Greh-Tunnel einfach reingucken kann. Ist ja unencrypted. 802.1X verhindert das, vor allem, wenn ihr controllerbasiert arbeitet, weil, wenn ihr nämlich controllerbasiert arbeitet, dass 802.1X erst am Controller aufgebrochen wird, dann könnt ihr nämlich, dann gehen nämlich die Daten auch schon wieder verschlüsselt durch diesen Tunnel zum Controller. Heißt, ihr habt auch innerhalb des Kabelnetzwerkes eine individuelle Verschlüsselung für die User und die haben eine Sicherheit ihrer Daten. So, das ist Hardware, wie man sie sehen möchte. Also, nicht unbedingt, aber sie ist schon gut. Die Software dazu ist nicht so schön. Das ist ein SS-Point von HP. Und dieser SS-Point unterstützt, hat zwei Radios, eins für 5 Gigahertz, eins für 2,4 Gigahertz. Er hat sehr gute Abstrahleigenschaften. Man sieht auch daran, dass er sechs Antennen hat, dass er drei Spatial-Streams pro Radio unterstützt. Das ist auch sehr gut. Problem ist, die Controller-Software von HP macht so lustige Sachen. Zum Beispiel bei der automatischen Kanalauswahl scannen die SS-Points nicht alle einzeln, was gerade los ist, sondern alle SS-Points gehen gleichzeitig aus. Der Controller hört, sieht, oh cool, alles frei. Was nehme ich denn für einen Kanal? Ach, Kanal 6, cool, alle SS-Points auf Kanal 6. Ist doof. Und das sind dann schon wieder so Punkte, wo es dann nicht so optimal ist für größere Deployments. Also das war gerade auf 2,4 Gigahertz bezogen. Bei der Hardware und bei den Antennen, benutzt die mitgelieferten Antennen. Manchmal. Weil die mitgelieferten Antennen bei so TP-Link-Sachen sind omnidirektional, schöne Rundstrahler, ist ganz cool. Man muss es allerdings auch auf seine Gegebenheiten anpassen. Wenn ich jetzt irgendwo in der Ecke einen SS-Point habe oder oben auf dem Turm, möchte ich keinen Rundstrahler haben. In solchen Fällen nimmt man andere Antennen, Richtantennen, Sektorantennen. In dem Fall müsst ihr die Abstrahldiagramme der SS-Points beziehungsweise der Antennen prüfen. Weil da kann man auch einiges falsch machen. Wir haben das gerade an der Uni falsch gemacht. Unsere SS-Points hängen nämlich an ganz vielen Stellen, so wie sie es dort an der Wand hängen. Die hängen sozusagen so senkrecht an der Wand. Das Problem ist, genau in der Mitte des SS-Points, wo das Aruba-Logo ist, ist eine Art tote Zone, wie so ein kleiner Kegel von einem donutförmigen Abstrahldiagramm. Wenn der SS-Point zu tief hängt und die User direkt davor stehen, wir haben das ausprobiert in der Bibliothek, wir hatten ein Signal, was total grauenvoll war. Und wir hatten direkten Sichtkontakt zum SS-Point und das Handy in die Mitte gehalten, mit dem wir gemessen haben. Wir sind drei Meter zur Seite gegangen, hatten 20 dB Signal mehr. Überprüft eure Antennen. Ihr könnt da echt was falsch machen. Zum Beispiel im Audimax haben wir auch gerade zwei schwarze Flecken, sozusagen, wo man ein sehr schlechtes Signal hat, was ungefähr einen Kreis mit 30 Sitzplätzen je umfasst. Ist nicht so toll. Muss man nochmal was optimieren. Macht die Antennen auf. Wenn ihr Antennen habt, unbedingt öffnen. Ihr könnt da ganz, ganz böse Überraschungen haben. Seht ihr gleich noch. Weil schlechte Antennen erkennt man eigentlich sozusagen sofort. Also die richtig schlechten. Das sind dann auch solche, diese High-Gain-Omnis, die man irgendwie für sieben Euro aus eBay-China kriegt oder sowas. Das ist nicht so toll. Gebt lieber ein bisschen mehr Geld für die Antennen aus. Guckt, dass ihr Abstrahldiagramme zu den Antennen findet. Und damit ihr wirklich sicher gehen könnt, dass ihr auch wirklich dann dort das WLAN habt, wo ihr es haben wollt. Denn die DBI-Werte sind auch nicht immer korrekt. Da ist immer so ein bisschen Marketing hinterbei. Und sind die Antennen multibandfähig? Auch ganz wichtig. Nicht jede Antenne ist multibandfähig. Da könntet ihr auch dann ganz doofe Überraschungen kriegen, wenn ihr eine Antenne habt, die nur für 2,4 Gigahertz gebaut ist und nicht für 5 Gigahertz. Dann habt ihr teilweise Dämpfung und einfach ein grottiges 5 Gigahertz-Signal. Deswegen guckt euch die Antennen an. Das sind einfach nur zwei Metallplatten, die isoliert und aneinander geflanscht sind. Das ist keine tolle Antenne. Das ist eine Panel-Antenne, sozusagen so Sektor-Antennen ähnlich. Haben wir gerade erst in der Uni abgerissen. Und wir haben uns gewundert, warum ist denn da so schlechtes WLAN? Wir haben sie aufgeschraubt. Ja. Wir haben es sofort gesehen, warum. Dann jetzt zur RF-Planung. Das Hauptproblem ist 2,4 Gigahertz. Wir haben 14 mögliche Kanäle, auf denen wir senden können. Können 14 Kanäle. Der 14. ist nur in Japan verfügbar, soweit ich weiß. Dann in den USA sind noch mal weniger als 13 verfügbar. Kanal 13 können die US-amerikanischen Treiber meistens nicht. Ist auch nicht so toll. Dann haben wir dort Kanalbreiten von 20 oder 40 Megahertz. Kann man machen. Ist aber nicht so schön. Weil sobald wir eine Überlagerung der Kanäle untereinander haben, wenn sich das zum Beispiel nur ein bisschen überlagert oder komplett überlagert, stört sich das. Da gibt es Interferenzen. Das Signal-to-Noise-Ratio steigt dann an und die Assess-Points fühlen sich davon gestört und wir kriegen immer weniger Daten durch, weil es zu Fehlübertragungen kommt. Und wir müssen auch immer ganz wichtig die Einschränkungen durch unsere Rectom beachten. Die Rectom, das ist die Regular Domain. Was dürfen wir, auf welchen Kanälen, mit wie viel Sendeleistung. Da gibt es so ein schönes Bild auf Wikipedia mit den vier Kanälen bis Kanal 14. So ist es überlappungsfrei. Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf 16,25 Megahertz runtergehen und überlappungsfrei wollen, dann sind wir dort bei Kanal 1, 6 und 11, damit wir auch die US-amerikanischen Treiber unterstützen. Da sieht man auch, wir möchten 20 Megahertz-Kanäle nutzen und keine 40 Megahertz-Kanäle, weil mit 40 Megahertz-Kanälen unter Unterstützung der amerikanischen Treiber haben wir nur noch einen Kanal, den wir nutzen können. Gehen auf einem Kanal viele Daten durch, aber wir haben nur einen Kanal und das stürzt sich dann wieder mit den Nachbarzellen. Deswegen, da muss man genau darauf achten und nach Möglichkeit eine automatische Kanalwahl einstellen. Da gibt es eine Adaptive Radio Management, nennt sich das Ganze. Das ist eine Implementierung von Aruba Networks. Die Assess-Points schalten sich nach und nach immer einzeln kurz für nicht ganz 200 Millisekunden ab, scannen einmal über das komplette Band, gucken, wo ist wie stark welches Signal, wo sind andere Assess-Points und dann kann man noch weitere Einstellungen vornehmen, um die Assess-Points dazu zu zwingen, den Kanal zu wechseln beziehungsweise den optimiertesten Kanal mit dem niedrigsten Signal-to-Noise-Ratio und mit der größten Entfernung zu den Nachbarzellen auszuwählen. Denn je mehr APs pro Kanal sind, wie schon gesagt, haben wir immer weniger Airtime. Airtime ist golden, ist vergoldet und man möchte die Airtime so schonend nutzen wie möglich, weil man sonst einfach nur miesen Daten durchsatz hat. Deswegen kein Channel-Bonding im 2,4-Gigahertz-Bereich. Auch im 5-Gigahertz-Bereich ist Channel-Bonding in High-Density-Areas nicht so gerne gesehen. Also die User sehen es gerne, aber hf-technisch ist das dann teilweise nicht so schön. Hier auf der GPN haben wir aktuell auch nur 20-Megahertz-Kanäle aktiviert, auch im 5-Gigahertz. Ihr seht, es reicht und wenn ihr dann wirklich euer Gigabit haben wollt, dann müsst ihr halt Kabel nehmen. Aber mit den 20-Megahertz-Kanälen ist man eigentlich schon ganz gut bedient. Man möchte die Zellgröße beachten. Man möchte nicht 800 Leute in einer Zelle haben. Im Handynetz mag das vielleicht gut gehen, aber das ist auch ein bisschen was anderes. Das ist eine andere Hardware, die ist deutlich teurer und das ist ein ganz anderer Standard. Hier müssen wir achten, wie viele User haben wir pro Assess-Point. Wie viele User kann ein Assess-Point überhaupt? Wir müssen die Sendeleistung beachten, dass die Zellen nicht zu groß werden und sich die Zellen nicht gegenseitig beeinflussen, die Assess-Points sich nicht unbedingt sehen. Antennenausrichtung von Sektorantennen zum Beispiel. Das sind alles solche Sachen, auf die man genau gucken muss. Weil so eine Fritzbox kann, ich glaube, aktiv schafft die so circa sechs Clients. Das ist nicht viel. Dann kommen wir bis in eine höhere Preiskategorie, die Unify-RPs. Die kriegen aktiv versorgt mit beiden Radios, ich glaube, 150 Clients. Und dann, wenn man es dann so ganz teuer macht, dann kommt so Aruba mit 255 Clients pro Radio. Mit zwei Radios. Also ist so das, was sie im Maximalen kriegen. Damit sollte man aber nicht planen mit der maximalen Zahl. Man sollte ungefähr nur so die Hälfte bis zwei Drittel der möglichen Clients pro Assess-Point berechnen, damit man bei größeren Menschenbewegungen zum Beispiel aus dem Hörsaal raus oder aus Saal 1 im CCH in Hamburg raus ins Foyer. Das sind größere Client-Bewegungen und da hat man dann auch ganz schnell mal mehr Clients auf den Radios als eigentlich berechnet und dann möchte man, dass alle Leute weiterhin irgendwie ihre kleinen TCP-Streams auf ihren Geräten haben. Und wenn das Roaming dann funktioniert. Und das ist dann wieder so ein Punkt, wo man diese Hälfte bis zwei Drittel unbedingt beachten sollte. Was auch ganz nett ist, ist Band-Steering. Die Clients versuchen, sich auf 2,4 Gigahertz wie so auch immer als erstes einzuloggen, manche. Und die kriegen dann einfach vom Controller ein paar Mal gesagt, du kommst hier nicht rein. Dann sehen sie das 5 Gigahertz WLAN und gehen da rein. Das funktioniert meistens ganz gut. Man sollte dann auch gucken, dass man jetzt nicht unbedingt Mixed Environments hat. Sprich, dass man mehrere WLAN-Hersteller in einem Bereich hat. Das hatten wir am KIT teilweise. Der Hörsaal war schon auf Aruba umgestellt und draußen auf dem Flur hängt noch ein alter LAN-Com. Ist okay. Der Client hat versucht, sich einzubuchen im Hörsaal. Das war sogar bei mir beim Laptop auch einmal der Fall. Ich habe mich eingeloggt, habe Band-Steering gekriegt, hat mich rausgeschmissen aus 2,4 Gigahertz, hat gesagt, nö, kommst du hier nicht rein. Dann dachte ich, eigentlich er geht ans 5 Gigahertz. Da hinten war nämlich dann noch dieser alte LAN-Com, SS-Point, der hat gesagt, ha, cool, 2,4 Gigahertz, kleines nehm ich alle, ich kann nämlich kein 5 Gigahertz. Ich war verbunden, aber total grottig, weil der LAN-Com irgendwo weit hinten hat mich ja trotzdem genommen und deswegen sollte man dann auch beim Band-Steering genau hingucken, wo verbaut man was und möglichst eine homogene Umgebung schaffen. Dann, wie schon erwähnt, die Airtime. Sie muss optimiert werden, man möchte wenig SSIDs benutzen. Wir fahren aktuell hier auf der GPN 2 SSIDs pro Band. Wenn die Freifunker fertig sind mit ihrem Netz, dann kommt da noch eine dritte SSID dazu. Das ist noch im grünen Bereich. Man kann es auch anders machen. Wir haben teilweise am KIT-Bereiche mit 9 beziehungsweise 10 SSIDs. Es ist doof. Jede SSID sendet nämlich alle 200 Millisekunden einmal ihren Broadcast sozusagen, dass sie existiert. Bei 10 SSIDs ist das schon wieder ein bisschen mehr und wenn wir dann auch noch jetzt die Übertragungsraten von dem ganzen Kram angucken, weil das nämlich immer mit der niedrigsten möglichen Übertragungsrate gesendet wird, damit auch die ältesten Clients alles mitkriegen, haben wir dann wieder sehr viel Airtime, die da verloren geht. Da habe ich gleich noch zwei sehr schöne große Tabellen zu. Deswegen auch bei den Clients möchten wir die Basic Rates und die TX Rates hinaufsetzen. Sprich, was muss der Client mindestens unterstützen, um sich verbinden zu können und was muss er mindestens senden an Raten, was unterstützen wir überhaupt. Wir wollen das beides auf mindestens 18 Mbit setzen, dadurch unterstützen wir keine 802 11B Clients mehr, aber bei 10.000 gleichzeitigen WLAN Clients haben wir im KIT ungefähr zwei die B noch machen und das ist dann so, ja, habt ihr halt kein Netz mehr. Ist zwar böse, aber man muss irgendwie dann ein Optimum finden und dann kann man irgendwie auf, das sind unter 0,1%, irgendwann kann man keine Rücksicht mehr nehmen, das ist wie man einfach im Rechenzentrum keinen Token Ring mehr unterstützen kann. Irgendwann muss man aufhören und das ist jetzt auch der Punkt, auf AGPN hier unterstützen wir übrigens auch keine B-Clients mehr. Das ist diese schöne Tabelle, von der ich gerade sprach und zwar mit den Beacon Rates, 6 Mbit Beacon Rate und 18 Mbit Beacon Rate. Ihr seht, das ist ein bisschen, ich habe das aus dem Very High Density 802 11AC Networks and Engineering Configuration Guide von Aruba geklaut, die Tabelle. Die gehen davon aus, dass man immer so gleich so ein Stadion ausstatten möchte in der Größe des Super Bowls. Die haben entweder für ganz klein oder für ganz groß, dazwischen können die nicht. Und unten rechts in der Ecke kann man dann wunderbar jetzt den Teufel an die Wand malen sagen 66,65% der Airtime gehen verloren durch SSIDs bei 50 APs auf dem Kanal und drei SSIDs. Es ist schon ziemlich High Density. Wenn man 50 APs auf dem gleichen Kanal hat, die sich auch noch alle gegenseitig sehen. Das Problem ist einfach, wenn wir jetzt nach rechts erweitern mit der Anzahl der SSIDs und mit den SS Points runtergehen, das Rote wird dann weiter hochwandern. Je mehr SSIDs wir haben, desto weniger SS Points brauchen wir, um unsere Airtime vollzubomben. Deswegen sollte man sich überlegen, ob man überhaupt die 6 MBit Beacon Rate unterstützen möchte oder 18 MBit. Man möchte eigentlich eher in diesen Bereich reingehen. Da sieht es schon deutlich schöner aus, wenn man 24 MBit oder 36 MBit Beacon Rate unterstützt, weil man dann einfach ungefähr keinen Overhead mehr hat. Bitte? Aktuell, was wir hier eingestellt haben, müsste 24 MBit glaube ich sein. Ja, haben wir. Und ja, das macht es einfach deutlich performanter schon mal in dem Bereich, weil wir einfach keine langsamen Clients mehr haben, die sozusagen das runtersetzen. Übrigens, worauf man auch achten muss, wenn man seine Basic Rates auf 18 MBit setzt, heißt das nicht unbedingt, dass auch alles mit mindestens 18 MBit übertragen wird. Multicast fällt übrigens da nicht rein. Nach 800.2.11 wird nämlich Multicast mit der langsamsten möglichen Rate geschickt. Und das ist ziemlich blöd. Deswegen, eine Erhöhung der Beacon Rate bringt nicht unbedingt auch gleich super Geschwindigkeit mit. Man muss auch den Multicast minimieren. Es gibt dazu Multicast zu Unicast Optimierungen, dass bis zu einem gewissen Grad Multicast Streams zu Unicast Streams umgewandelt werden von den Controllern oder Assess Points und als Unicast über die Luft gesendet werden. Das bedeutet, dass wir Unicast in der Luft haben, wenn jemand einen Multicast Videostream vom VOG zum Beispiel schaut. Das bringt uns sehr, sehr viel Optimierungen. Haben wir auch gerade jetzt auf der GPN an, ich habe ungefähr 99,94% Unicast in der Luft. Am KIT sieht das anders aus, da haben wir ungefähr 70-80% Multicast. Ist doof, weil es klaut Airtime. Was man auch unbedingt in größeren Areas blocken möchte, ist P2P Communication. Einmal als Sicherheitsaspekt, ist aber nicht unbedingt cool. Auf dem Kongress zum Beispiel oder jetzt hier auf der GPN möchte man das nicht blocken, weil jeder möchte mit jedem kommunizieren. Es gibt ja so schöne Protokolle, die untereinander sich austauschen. Aber wenn ich zum Beispiel im Hörsaal sitze, muss ich nicht unbedingt mit meinem Nachbarn kommunizieren, außer man spielt irgendwelche Spiele. Und dafür blockt man dann einfach mal die P2P Communication, weil das auch lokal als Multicast rausfällt und ist auch nicht so toll. 80211AC unterstützt Jumbo Frames. Das hat einen Vorteil. Wir kriegen mit einem Frame einfach mehr Daten durch. Problem ist, unterstützt die Hardware hinter den SS-Points das auch, weil da ist es leider nicht so, dass das sozusagen durch den Tunnel optimiert wird, weil die Pakete bleiben so groß und wenn wir nicht wollen, dass der Kram sich wegfragmentiert, müssen wir auch gucken, dass unsere Switches zwischen den SS-Points und dem Controller auch diese Jumbo Frames unterstützen, damit der Kram nicht wegfragmentiert wird und uns wieder die gewonnene Übertragungsrate wieder ein bisschen kleiner macht. Auch möchte man für Airtime Quality of Service machen. Quality of Service ist insofern cool, weil man irgendwie langsamere Clients oder schwächere Clients nicht benachteiligt. Es gibt da verschiedene Methoden, man kann entweder das so machen, dass jeder gleich viel Airtime kriegt oder so machen, dass jeder ungefähr gleich viele Daten durchkriegt. Heißt, schnellere Clients kriegen weniger Airtime, weil sie kriegen ihre Daten ja auch schneller durch. Haben wir, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es anhaben, kann Stefan einfach kurz nachgucken und damit kann man auch schon einiges machen. Wir haben zum Beispiel im Audi Max hatten wir grauenvolles WLAN, nicht mal 5 Gigahertz hat, funktioniert. Wir haben ein bisschen Adaptive Radio Management rumgeschraubt und haben QoS angemacht. Es funktionierte im 5 Gigahertz Bereich, aber das 2,4 Gigahertz, das ist eine Sache, da müssen wir wirklich die SS-Points nochmal anders hängen. Okay, aber es funktioniert trotzdem. Und 12 Mbit Basic Rate, aber wie schon gesagt, es funktioniert und wir sind nicht so High-Density, haben wir eigentlich, ist uns gerade eben erst aufgefallen. So, Standortplanung. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, so, oh cool, hier ist eine Halle, ich möchte jetzt hier WLAN machen und ich klebe überall meine kleinen 841er SS-Points rein, ist doof. Man muss sich überlegen, wie installiere ich die SS-Points in Hinsicht auf die Abstrahlung der SS-Points und die Antennen. Man möchte die SS-Points auch nicht so unbedingt installieren, dass jeder Mensch dort drankommt. Weil User ziehen gerne SS-Points raus. Ich war zum Beispiel mal um 22 Uhr in der Bibliothek gewesen, weil ein User einen SS-Point rausgezogen hat und dann fragte ich ihn, warum er das getan hat. Ja, mein WLAN ging nicht. Ich so, okay. Warum ziehst du dann den WLAN SS-Point raus? Ja, drei Räume weiter ist doch auch noch ein SS-Point. Ich dachte, das stört sich. Ja. Man möchte wirklich die SS-Points installieren, wo User nicht rankommen. Oder irgendein CCCler kommt an und hängt sich zwischen und snifft Kram. Ich habe gehört, das passiert manchmal. Dann möchte man auch die Anzahl der Menschen in dem Bereich kennen. Als wir das WLAN jetzt hier für die GPN geplant haben, haben wir gleich als erstes gefragt, wie viele Leute sitzen in dem Saal. Da sitzen 100, da sitzen 300, da sitzen 100. Weil da muss man wieder auf die Radios gucken, wie viele Clients pro Radio können wir und dass das halt eben alles schöner funktioniert. und auch die Anbindung der APs. Was habe ich an Kabeln? Das muss man vorher planen. Wie viele Kabel brauche ich überhaupt? Wir hatten zum Beispiel jetzt hier schöne Bodenkabel im Hackcenter. Haben wir durchgemessen? Ich dachte, ich hätte das Fluggiger richtig verstanden. Das Fluggiger sagt, ja cool, ich teste mal. Bip, bip. Ja gut, Standard Gigabit, 100 MBit, 10 MBit. Ja gut, scheint der zu funktionieren. Hat leider nicht funktioniert. Kabel kaputt, super. Und dann mussten wir jetzt wieder die Kabel irgendwie oben rumziehen und 50 Meter Kabel einmal quer oben ums Hackcenter rum zum Switch. Ist doof. Also überlegt es, man sollte es vorher wirklich gucken und planen. Und dann sage ich noch gleich was über die Edgecore und Warndimensionierung. Weil es bringt einem nichts, ein super geiles WLAN zu machen, wo die User weiß nicht, wie viele 100 MBit alle gleichzeitig drüber kriegen, wenn ich 16 MBit DSL-Aplink habe. Das ist ein bisschen suboptimal. Zu den Installationspraktiken gibt es generell drei Bereiche, in denen man unterscheiden kann. Einmal die Overhead Coverage, die Side Coverage und die Floor Coverage. Overhead Coverage heißt, dass ich die APs an der Decke montiere. Das wollten wir hier eigentlich auch machen. Leider gibt es hier nicht unbedingt was zum Dranhängen und teilweise hängt es auch zu hoch. Im Hackcenter haben wir es gemacht mit der Overhead Coverage, weil wir können die Kabel oben auf die Trasse hängen und es funktioniert alles bestens. Man hat eine direkte Sichtverbindung vom Client zum Assess Point, weil es hängt über den Leuten, da ist meistens nicht so viel. Allerdings ist die Cellgröße schwer zu dimensionieren. Die Assess Points strahlen von oben runter und die Zellen überschneiden sich dann öfters mal und man ist da wirklich sehr, sehr stark abhängig von den Antennen. Was können die, um die, seine Zellen klein zu halten? Allerdings hat man auch den Vorteil, dass man überall ein gleiches Signal hat, weil keine Wassersäcke dazwischen stehen und das Signal dämpfen. Und die Verkabelung ist auch nicht immer einfach. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie hier eine Decke haben, können wir nicht einfach das Kabel hier in der Mitte runterhängen lassen. Da werden wir dann von Obelix gehauen, weil Brandschutz und alles. Und teilweise hat man auch einfach fertige Decken, wo man irgendwie was dran schraubt und dann muss man auch da irgendwie das Signal schön fest installiert an der Seite runter. Ist alles aufwendig und teilweise kommen dann auch die Architekten, die ihre wunderschöne Barockdecke designt haben, an und sagen, nee, der S ist point-sitter-Kacke aus. Der passt jetzt nicht ins Barockdesign. Und das sind so ein paar Kleinigkeiten, wo man dann Probleme hat, wo man dann überlegen muss, ob man nicht eine andere Installationspraktik wählt, weil auch ab einer gewissen Deckenhöhe ist das WLAN-Signal signifikant schwächer. Weil irgendwie, versteht ihr ja, wenn WLAN irgendwie 100 Meter weit der SS-Point weg ist, irgendwann ist das Signal auch schwach. Gute 100 Meter Deckenhöhe haben wir jetzt nicht unbedingt überall, aber so sieht das dann zum Beispiel aus. Das ist bei uns im Rechenzentrum, glaube ich. Einfach ein SS-Point an die Decke kleben, funktioniert super für ein Büro, ist eigentlich super schön. Side-Coverage ist das, was wir hier aktuell haben. Die APs sind an der Wand montiert. Man versucht eine möglichst gleichmäßige Montage zu kriegen, um auch Dämpfungen durch Wände auszugleichen. Auch möchte man nicht zwei APs an der gleichen Wand gegenüber installiert haben, weil da sind wir wieder in dem Bereich Hochfrequenz und es stört sich gegenseitig. Und vor allem, wenn die dann auch noch auf den gleichen Kanälen sind. Man sollte unbedingt die Abstrahlung von Menschen einplanen. Heißt, ich habe gleich noch ein Suchbild, das heißt, such den SS-Point. Wenn man einen Raum hat, voll mit Menschen, möchte man seinen SS-Point nicht unten rechts in der Ecke auf dem Boden an der Wand montieren. Ganz viele Menschen, alles dämpft, ist alles blüht. Und bei manchen SS-Points hat man hinter dem SS-Points ein schlechtes Signal, weil sie schon von vornherein eher nach vorne abstrahlen. Zum Beispiel, wie sind die noch? CPE 210 und 510 von TP-Link. Das sind Sektorantennen, die strahlen nach hinten so gut wie gar nichts ab. Da muss man dann darauf achten. So sieht es dann im Optimalfall aus. Unsere SS-Points strahlen primär nach vorne weg und versorgen den Raum. Wir haben beachtet, was dämpft unsere Wand, wie stark sind die Signale. Und so kann man dann schön irgendwie eine Schule mit Metallwänden oder sowas abdecken. Jeden Raum hat einen kleinen SS-Point, der den Raum versorgt und auch alle schön gleichmäßig in eine Richtung von Abstrahlung hier montiert. Dann kann man schon ganz gute Ergebnisse erzielen. das ist diese Sache mit denen nicht gegenseitig an die Wand hängen, weil wenn die auf ähnlichen Kanälen sind wie 36 und 40 ganz rechts, das ist okay, aber es ist schon wieder ziemlich dicht zusammen, deswegen stürzt sich das wieder ein bisschen. Ganz doof ist 36 und 36 direkt hinterhängen, tut es nicht. dann lieber gucken, dass man da einen größeren, wenn man die schon gegenüber sozusagen an der Wand montieren muss, dass man da schon einen größeren Kanalabstand zwischen den SS-Points hinbekommt. Da sind wir übrigens wieder bei den Planungen von den RF-Eigenschaften und seinen Kanälen. Man möchte im 2,4 Gigahertz entweder einen Drei-Kanal-Plan nehmen oder einen Vier-Kanal-Plan nehmen, sprich, welche Kanäle man dort benutzt. Aktuell hier auf der GPN haben wir vier Kanäle, 1, 5, 9 und 13 und diese Kanäle werden zwar nicht alle von allen drei unterstützt, aber es gibt manche Bits, die man in den Paketen aktivieren kann, die den Clients sagen, in welchem Land man sich befindet, dass die wissen so, oh, ich bin ja gar nicht in Amerika, cool, ja gut, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich irgendwie in dem Bereich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie kein WLAN mehr habe, sondern, dass die Clients Bescheid wissen, was Sache ist. Vier Kanäle ist übrigens eine sehr, sehr schöne Sache, weil es gibt in der linearen Algebra in der Informatik das sogenannte Landkartenproblem und wer das schon mal sich angeguckt hat, wie viele Farben braucht man, um eine Landkarte einzufärben, damit kein Land, egal in welcher Kombination diese Landkarte ist, kein Land, was direkt nebeneinander liegt, die gleiche Farbe hat. Ja, wer weiß das? Vier. Richtig, das sind vier. Fünf Kanäle geht natürlich auch, mathematisch werde ich das nicht beweisen, das sind ungefähr 200 A4 Seiten, aber vier Kanäle ist da schon total super, deswegen möchte man das benutzen. Entschuldigung, ich habe vor diesen außenrum Themenwechsel. So, zurück zur Side-Coverage, wo ist der erstes Point? Nein. Eben dem Regal ist der erstes Point. Habe ich noch mal? Nein. Doch, da. Da ist der erstes Point. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, weil da sind Tische und da sitzen Leute vor und das dämpft und mittlerweile ist das ein bisschen besser geworden, weil wir haben den erstes Point von der Wand abgenommen und einfach auf die Fensterbank gelegt. und es ist simpel, aber das war eine Riesenoptimierung. Die Leute haben sich so sehr gefreut, dass ihr WLAN super funktioniert, weil das sind dann wieder die Abstrahleigenschaften des erstes Points. So, das ist eine andere Möglichkeit für Side-Coverage. Das ist so eine Mischung aus Overhead und Side-Coverage. Da haben wir mit unserem Systems-Engineer von Aruba gesprochen und der sagte uns, ja, eure Asses-Points so wie die an der Wand hängen, ist doof. Optimiert, sagte er, wenn ihr sie schon an die Wand montieren müsst, dann hängt sie doch bitte in einem gewissen Abstand zur Wand. Daraufhin ist Stefan losgeflitzt, hat für 3 Euro beim Baumarkt diese Winkel geholt. Die sind jetzt so ungefähr so ein Stück von der Wand entfernt und das tut Wunder. Also es ist eine ultra einfache Lösung für 90 Grad drehende Asses-Points und wir haben wunderschöne Abstrahleigenschaften. Wir probieren das gerade im Rechenzentrum aus. Wir müssen mal gucken, ob wir das überall auf dem Campus so einsetzen, weil diese Winkel sind schon so ein bisschen wackelig. Ja. So, dann gibt es etwas, was ich unbedingt nochmal irgendwann irgendwo einbauen möchte. Ich habe allerdings nicht die Möglichkeit dazu, weil das doch ein bisschen teuer ist. Die sogenannte Floor Coverage oder PicoCell Setup. Da werden die APs auf dem Boden montiert, in kleinen Kistchen. Wir minimieren die Zellgröße diesmal mit dem, was wir sonst immer so störend finden, die User. Indem wir einfach die Entdämpfung ausnutzen und dadurch die Zellen möglichst klein halten. Das ist eher geeignet für Stadien und Hörsäle mit größerem Ausmaß. Das ist so ungefähr 2500 User. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht so die Möglichkeit haben, das mal einzubauen. Das ist auch ein sehr hoher Installationsaufwand, weil wir müssen nicht nur die Kisten irgendwo ranschrauben, sondern wir müssen auch die Kabel dorthin legen, wir müssen dann dafür die Kabelkanäle legen, wir haben mehr Assess-Points, die wir benötigen, weil die Zellen ja kleiner sind und es ist ultra schwierig, dann da überhaupt dahin zu kommen, dass das alles auch gut installiert ist und auch randalierungssicher installiert ist, speziell in Stadien. Manche Leute werfen Tische um, manche Assess-Points. Deswegen hat man auch immer so die Probleme, man kommt nicht immer unbedingt unter die Tribüne drunter, um dort von unten durch den Beton das Loch für das Kabel zu bohren. Deswegen ist es ein bisschen schwierig umzusetzen. Hier ist so ein schönes Beispiel, wie das dann aussieht im Stadion, wenn die Assess-Points unter den Tischen montiert sind. Einfach eine kleine unscheinbare Box, aber da kommt ganz viel schönes WLAN raus und alles funktioniert ganz toll. Das überschneidet sich oben natürlich, aber das sind keine User bzw. Endgeräte, die noch irgendwas senden. Deswegen ist das da nicht das Problem. Es geht um den Bereich zwischen, wo die Endgeräte sind, ob sich dort Kanäle überschneiden bzw. Zellen überschneiden, weil, ja, HF-Eigenschaften, hatte ich ja gerade eben schon gesagt. So, jetzt ist die Frage, was ist die beste Praktik? Es ist abhängig von der Clientanzahl. Ich möchte keine Flow-Coverage in einem Raum mit 50 Leuten machen. Ist einfach viel zu aufwendig. Eine Overhead-Coverage bei doppelter Decke ist eigentlich ganz cool anzustreben, weil man hat ja diese schönen Deckenplatten, die kann man einfach rausnehmen, auf den Tisch legen, den SS-Point ranschrauben und von oben ein Kabel ranführen. Das ist total toll, das funktioniert echt super. Aber bei einer gewissen Deckenhöhe ist das dann auch wieder nicht mehr so schön, dass man dann dort die SS-Points hinhängt. Zum Beispiel im Saal 1 vom CCH, da haben wir eine extrem hohe Deckenhöhe. Dort werden die SS-Points aktuell bei jedem Kongress immer mit Stahlseilen von der Decke gehängt. Guckt mal genau hin, damit die so dicht an euch dran sind, dass ihr kleine Zellen habt und trotzdem noch Daten über das WLAN kriegt. Im Endeffekt ist die Side-Coverage am günstigsten von den Sachen, weil man einfach den SS-Point an die Wand packen kann. Meistens sind unten irgendwo Lahn-Dosen und man kriegt den Kram recht schnell installiert. Und es ist auch ultra einfach zu installieren, deswegen haben wir das auch hier verwendet. Und wenn man auf die Abstrahleigenschaften achtet, dann kann das auch super funktionieren. Eine Mischung der Praktiken kann ich nicht empfehlen, weil es ist zwar dann gut für die Signalstärken überall, wenn von allen Seiten die Leute mit WLAN zugebombt werden, aber es stürzt sich wieder nur. Es ist echt dann nicht so toll. Dann lieber für eine Sache entscheiden, darauf achten, dass man es auch gut aufbaut und dann das sozusagen so lassen. Die Anbindung der APS mit Gigabit ist cool, weil 100 MBit gerne mal ausgelastet ist, ab und zu, hatte ich ja schon gesagt. Auch zur Minimierung des Installationsaufwandes versorgt es hier mit PoE. Es gibt so kleine PoE-Injektoren, kennt ihr bestimmt von irgendwie diesen 841ern von TP-Link. Die werden öfters mal mit so kleinen PoE-Injektoren angeschlossen. Macht es auch viel einfacher, wenn ihr den SS-Point an der Decke hängen habt, dann müsst ihr für den Hard-Reset nicht unbedingt dort oben hin und die Sicherung ausschalten oder irgendwie dann hochkraxeln an die Decke und das Kabel ziehen, sondern ihr könnt für den Hard-Reset einfach zum PoE- Injektor hingehen und einfach rausziehen. Ist super toll. Wenn ihr PoE-Switch habt, müsst ihr nicht mehr aufstehen. Genau, notfalls dann PoE- Injektoren kaufen oder einfach PoE-Switche benutzen und ihr könnt auch überwachen, welcher der SS-Point, wie viel Strom gerade zieht. Achtet dabei auf die PoE- Standards. Die größeren SS-Points nehmen dann auch gerne mal das sogenannte PoE-Plus. Nicht alle Switche unterstützen das und achtet auch, wenn ihr Switche kauft, da drauf ein 840-Port PoE-Switch, unterstützt keine 48-Ports PoE-Plus. Das ist dann einfach irgendwann so viel Leistung, das geht gar nicht mehr. So, die Dimensionierung der Anbindung. Das ist extrem viel Magie. Ich habe mich da durchgelesen. Ich saß drei Stunden im Zug, habe das PDF dazu immer wieder, wieder und wieder gelesen. Es ist irgendwie so eine riesen Formel. Ich habe versucht, das in Excel kurz zu fassen. Es geht nicht. Deswegen habe ich das einfach mal weggelassen. Schätze das ab. Also, ich habe so drei Werte, so eine Veranstaltung mit irgendwie 1000 Nutzern, sollte man schon so seine 500 Mbit-Uplink haben. und ab einem gewissen Punkt hat man auch mehrere Gigabit. Hint, der Kongress mit seinen 13.000 Besuchern hat im WLAN normalerweise unter drei Gigabit. Weil es ist über Kabelnetz verfügbar und deswegen so der richtige Traffic geht beim Kongress echt nicht über das WLAN. Deswegen, man darf dann auch wieder nicht jetzt sagen, so, oh, ich habe irgendwie jetzt 100 Leute, die alle richtig cool WLAN nutzen, wir kaufen mal ein Gigabit. Aber da sollte man dann schon drauf achten. Was auch immer sehr wichtig ist, ist eine Glasfaserverbindung von den sogenannten Edge-Switchen zum Core-Switch. Und, weil das sind dann teilweise doch größere Entfernungen, mehr als 100 Meter, vor allem in großen Stadien oder sowas, einfach Glasfaser nehmen, 1 Gigabit, 10 Gigabit, kommt drauf an. Also, wir haben hier jetzt 10 Gigabit links, aber auch nur, weil wir nur 10 Gigabit haben. Ja, unser Reichtum ist so ein bisschen das Problem. Wir können kein Gigabit, das ist uns zu langsam und zu günstig. Deswegen, Warnkapazität abschätzen, was man dann so grob haben könnte. Da spielt dann unter anderem die sogenannte Take-Rate mit rein, die Use-Rate, also wie viel Prozent der möglichen Bandbreite nutzt das Gerät überhaupt so. Jetzt beim Talk sind es so eher so 10 bis 20 Prozent, eher 50 Prozent, wenn ihr mit dem Talk langweilig findet, 90 Prozent Vorlesung. Ähm, und, ähm, dann hat man auch die Take-Rate, wie viele Devices pro User. Also, ich gehe jetzt hier in dem Saal, denke ich mal, von ungefähr 150 Geräten, eigentlich ausrechnungsweise. Und, äh, weil ihr Raptops alle dagelassen habt, ähm, ist es wieder auch gebietabhängig. Da steht Stateful Firewall und Nut auf der Folie. Ähm, achtet da drauf, was der Kram kann. Wenn ihr unbedingt, äh, Nut machen müsst, dann, äh, habt ihr teilweise das Problem, dass ihr, äh, paar tausend User auch mit Kabelnetz hinterm Nut habt. Das performt irgendwann nicht mehr so schön. Wir haben das Problem gerade mit dem Wohnheim, in dem ich lebe. Ähm, hinter der gesamten Firewall, äh, hängen ungefähr viereinhalbtausend Leute. Die Firewall ist mit 10 Gigabit angeschlossen. Nur das Problem ist, ab einem gewissen Punkt, ich glaube, 1,8 Gigabit oder so, laufen alle Interrupts der Netzwerkkarte auf einen CPU-Core von der Firewall. Dieser läuft auf 100% und droppt dann Pakete ganz munter. Abends vor allem und, äh, so 20 bis 24 Uhr ist unser Ping grauenvoll. Äh, unsere, unser Datendurchsatz ist echt doof. Ähm, im Vergleich zu morgens um 5 kriegt man halt eben auch sein Gigabit ins Zimmer mit seinen zwei Millisekunden Ping. Ist cool. Bitte? IPv6 ist bei uns hinter einer Stateful Firewall. Das ist, ich weiß nicht, ob es die gleiche Maschine ist oder eine andere. Ist eine andere Maschine. Und, ähm, da wird natürlich nicht genattet, sondern das einfach nur eine Firewall, die keine Fab-Connections von außen zulässt. Das erzeugt deutlich weniger Load. Und, ähm, über V6 hat man immer noch schnelles Netz bei uns. Deswegen die Empfehlung bei uns im Wohnheim ist auch immer, äh, nehmt V6, macht mit V6 einen Tunnel zur Uni auf, weil das nochmal anders terminiert wird. Man kriegt eine Public-IP-Adresse und, äh, IPv4 über das Uni-VPN und, ähm, kann dann, äh, immer noch weiterhin schnell sein, äh, Netflix schauen. Wir haben nämlich rausgefunden, ähm, es ist wirklich, es sind Streaming-Dienste, die uns das alles dicht machen. Wir waren auch schon überlegen, fragen wir mal Netflix, ob die ein Mirror hinter unser NUT stellen wollen, damit wir da eine Entlastung für das NUT haben. Also, ähm, achtet drauf, was eure Hardware irgendwie kann. Ja, viereinhalbtausend User sind noch nicht so viel. Das ist, ich glaube, da würden sie auch nicht drauf reagieren. Achtet da drauf, was euer NAT kann, ähm, testet das vorher mit IPv aus, ähm, nicht, dass ihr dann irgendwie da Probleme habt. So, ähm, jetzt noch kurz was zum Thema Network Security. Ihr könnt entweder ein offenes WLAN haben, dann, wenn ihr wirklich die Clients schützen wollt und nicht auf, äh, freie Netze aus seid, sondern einfach nur den Leuten eine Möglichkeit geben wollt, äh, WLAN, was nutzbar ist, Client Isolation an und Captive Portal. Ich sehe Mick schon das Gesicht verziehen. Ja, Captive Portal, mein Gott, das hat nichts damit zu tun, dass ich die User irgendwie will, sondern leider haben wir in Deutschland das Problem Störerhaftung, das wisst ihr alle, und wir haben da ein Problem, wenn wir uns einfach, einfach unser Netzwerk den Leuten zur Verfügung stellen. Man kann es umgehen, ja, ich weiß, Mick. Also, wenn ich jetzt normale GDA Re-Share-Team mache, kann ich Passwort setzen, dass ich ja die WLAN schreibe, das ist ja genauso offen. Ja, also nun mal zu bedenken, das kann man ja dann später nachvollziehen, welchen Passwort reinkommen. Genau, also, okay, jetzt ist es zu spät für das Mikrofon. Ja, äh, Mick sagte, äh, man kann auch einfach WPA2 PSK nehmen, das Passwort irgendwo an die Wand schmieren und, äh, dann kann man es im Nachhinein sozusagen sagen, so, ja, ich weiß ja nicht, wer das Passwort hat oder so, weil ich hab das nur an meine Mitarbeiter weitergegeben. Ist schon sicher. Ähm, dann ist man natürlich wahrscheinlich auch schnell aus dem Schneider, aber, äh, das ist schon wieder zu viel für Clients. Clients können teilweise nicht lesen, also, die User, die das Gerät bedienen können teilweise nicht lesen. Also, sowas nicht lesen. Und, ähm, deswegen, ähm, Client Isolation ist einmal damit, die sich nicht gegenseitig wegsniffen und Captive Portal einfach für die eigene Sicherheit. Ähm, man möchte aber eigentlich kein Captive Portal und kein Client Isolation haben. Das, also, das nochmal dazu. Ich bin auch ein Freund von, äh, offenen Netzwerken wie Freifunk. Ich mach's ja auch selbst. Ähm, deswegen, äh, echt, das ist wirklich nur, wenn man's wirklich machen muss. Das, äh, sag ich euch auch gerne. Versucht überall Captive Portal zu vermeiden. Sie sind scheiße. Sie machen Dinge kaputt. Ähm, was man dann eher haben möchte, ist das wie hier auf der GPN 802.1X. Das in größeren Deployments wie irgendwelchen Stadien oder Unis kann man das nur für sogenannte Static Devices nutzen, die öfters da sind. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwie bei der Fastfood-Kette von nebenan seid, dann, ähm, und irgendwie gerade jetzt in München zu Besuch seid und so, oh cool, Fastfood-Kette, ich geh mal schnell ins WLAN, dann seid ihr einmal da. Vielleicht noch ein zweites Mal irgendwie in der Woche oder irgendwie ein paar Jahre später, wenn ihr nochmal da seid. Deswegen ist es immer für jeden dann den eigenen 802.1X-Account im Radius anzulegen nicht so toll. Ähm, es gibt da schöne Lösungen für, dass man das auch woanders nutzen kann, wie zum Beispiel das Eduroam. Das wird alles immer an den Radius-Servern der jeweiligen Universität terminiert. Auch wenn ihr woanders an der Universität seid, dann geht eure, äh, Anfrage erstmal an den Radius-Server eurer, äh, Heim-Universität. Ähm, das ist echt total toll. Und, äh, man hat halt auch diese, äh, Sicherheit, weil es verschlüsselt ist. Ähm, man kann einstellen, dass der Radius-Server die Clients in spezifische VLANs rein droppt. Das, äh, werden wir jetzt zum Beispiel am KIT wahrscheinlich auch noch, äh, einführen, weil wir zu viele SSIDs einfach haben. Wir wollen auf drei SSIDs runter. Und, ähm, wie kriegen wir es dann hin, dass wir weiterhin, ähm, dass weiterhin, ähm, die, äh, unsere Studenten auf, ähm, die KIT-Intern-Dienste zugreifen, äh, können, auf die die Eduroam-Leute nicht zugreifen sollen. Ähm, da kann man dann den Radius-Server beibringen, dass die Leute in entsprechende VLANs droppt. Das haben wir aktuell auch hier im WLAN. Äh, zum Beispiel kann man jetzt über das GPN-WLAN aktuell mit der richtigen, äh, Nutzer-Passwort-Kombination, äh, in das Freifunk-VLAN jetzt schon reinkommen. Ähm, das haben die Freifunker angefragt, damit die, äh, testen können, ob ihr VLAN überhaupt richtig funktioniert. Ähm, nicht damit, nicht, dass ihr dann irgendwie schlechte Eindrücke von einem nicht funktionierenden Freifunk kriegt. Das wäre ja doof. Ähm, Software, äh, Free Radius, äh, kann ich empfehlen, ähm, Radiator ist, äh, muss ich dazu sagen, äh, Payware, ähm, ist in Perl geschrieben. Ja, es funktioniert in Perl. Ich hab auch schon gehört, so wie, da ist Software in Perl und die funktioniert und skaliert auf großen, äh, in großen Environments. Ja, es geht. Ähm, Free Radius ist die freie Alternative dazu. Ich weiß gar nicht, in was das geschrieben ist. Ähm, aber der liebe Flo Rolf hatte dazu mal gesagt, äh, er kriegt schlechte Laune, wenn er das konfigurieren muss. Und, äh, ich hab's dann für dieses Jahr GPN konfiguriert und man kriegt wirklich schlechte Laune davon. Das sind dann solche Sachen. Es gibt ein Test-Tool und dieses Test-Tool, ähm, testet dann den Server, ähm, aber greift dazu auf Konfliktdateien vom Server zurück. Das hab ich nicht ganz verstanden, warum es das tut. Aber es kam mir ein bisschen komisch vor, weil, ähm, ich hab nämlich den Fehler dann beim Test-Tool gesucht, obwohl es ein Fehler in meiner Konfiguration war, das war ein bisschen, äh, schwierig. Ähm, aber an sich, es funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn's dann funktioniert, dann funktioniert es. Man darf nur nicht die Basic-Config groß anfassen und da groß rauslöschen und sagen, so, ich nehme eine leere Datei und schreibe meine Konfig selbst, sondern nehmt die Konfig. Das wird auch überall im Internet empfohlen. Nehmt die vorhandene Konfig und ändert sie nur schrittweise ab und testet immer wieder, ob's funktioniert. Ähm, wir können natürlich nicht für jeden GPN-User einen eigenen Account anlegen, deswegen haben wir hier Sternchen, Sternchen. Ähm, sozusagen als User-Name-Passwort-Kombination, ihr könnt eintragen, was ihr wollt und, ähm, das funktioniert dann und, äh, ihr seid dann geschützt. Ähm, und man möchte TTLS und MS-Sharp-V2 beziehungsweise TTLS und PAP benutzen, äh, einfach für die erhöhte Sicherheit, weil, ich hab jetzt zum Beispiel schon gehört, ähm, dass man es schaffen kann, wenn es PEAP und MS-Sharp-V2 ist, ich glaub, das ist primär bezogen aufs MS-Sharp-V2, man, äh, den Kram mitsniffen kann, die, ähm, äh, die Authentification und, äh, dann daraus, äh, aus den Hashes davon innerhalb von 24 Stunden das Passwort brute-forcen kann und das Passwort hat. Ziemlich doof im Bereich Edelroam, weil meistens hängen an den Accounts noch ein paar mehr Sachen an. Man kann ja Leute für Prüfungen anmelden, weil die Leute merken gar nichts davon, weil man kriegt natürlich für sowas keine Mails. Man kann da schon ziemlich, äh, Scheiße mitbauen, sag ich mal. Deswegen, äh, achtet da drauf, was ihr nutzt, informiert euch vorher, ähm, ich kenn mich in den Bereichen nicht so gut aus, dass ich jetzt irgendwie euch sagen kann, nehmt genau das, lest dazu selbst lieber nochmal dann genauer was nach. Ja, ich bin jetzt auch schon so gut wie durch, ähm, das Fazit ist, es ist ein fucking umfangreiches Themengebiet. Man sollte nicht einfach hingehen und, äh, aufstellen und fertig. Man sollte vorher planen, was man mit dem WLAN macht. Äh, man sollte nicht an Hardware sparen. Ähm, man kann natürlich irgendwie versuchen, so eine ganze Veranstaltung mit 15-Euro-APs, äh, auszustatten. Kauft dann lieber, ähm, irgendwie die Unify-APs, die funktionieren in den meisten Fällen echt supergut. Ähm, ja, im Voraus planen, die Nutzerzahlen beachten, nicht unterschätzen. Plant, wenn ihr Festinstallationen macht, äh, ungefähr fünf Jahre im Voraus. So rechnet dann, äh, mit so irgendwie, mit Faktoren, ähm. Äh, dass ihr sozusagen guckt, äh, wie sieht das aus, dass ihr in ein paar Jahren dann jetzt irgendwie nicht 2,4 Devices pro User haben, sondern irgendwie schon 3,6, äh, dass ihr das einplant. Plant darauf ein, dass die, ähm, User immer mehr 5 Gigahertz nutzen. Zum Beispiel in dem, äh, Medienteater haben wir aktuell vier Assets-Points hängen und zwei davon, äh, machen gar kein 2,4 Gigahertz mehr. Weil wir primär das jetzt darauf ausgelegt haben, dass die User 5 Gigahertz haben. Das sehen wir auch hier in den, äh, aktuellen User-Zahlen. GPN, also nochmal um die Verwirrung aufzuheben, GPN ist das 5 Gigahertz und GPN Legacy ist 2,4 Gigahertz. Aber das wussten wahrscheinlich auch die meisten eh schon. Ähm, genau. Genau. Und optimiert euer System laufend. Auch wenn ihr sagt, oh, es funktioniert jetzt. Sobald der Saal gefüllt ist, funktioniert es nicht mehr. Das, äh, kann ich eigentlich fast versprechen. Deswegen immer wieder reinsetzen, auch mal in eine volle Vorlesung oder irgendwie in eine volle, während der Veranstaltung einfach mit dem Laptop mitten in die Menschenmenge hocken und einfach mal testen. Dadurch haben wir zum Beispiel auch diese großen, äh, schlechten Abdeckungsflecken im Audimax erst gefunden, dass wir uns mitten in die Vorlesung reingesetzt haben mit dem Laptop und einfach mal ganz blöd auf der Treppe saßen und Speedtest gemacht haben. Dadurch findet man Fehler. Laufend einfach optimieren, immer weiter, immer weiter. Irgendwann wird es, äh, dann deutlich schöner. Ja. Ähm, wenn ihr dann noch, äh, Fragen habt, dann, äh, bin ich jetzt für Fragen bereit. Sonst später, äh, erreicht ihr mich auf DECT WLAN oder einfach, äh, am Knockdesk. Und, äh, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins, äh, Dunkle des WLANs bringen. Ich hab nicht von manchen gehört, das ist so ein bisschen Magie mit bei. Ähm, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und, äh, ja, vielen Dank. Und jetzt Fragen. Applaus So, kriegst du ein Mikrofon? Sorry, dass ich mit dem Thema noch, sorry, dass ich mit dem Thema noch mal nerve, äh, zum Captive Portal. Ich wollte wissen, ist das überhaupt legal? Man macht da ja Adressfälschung. Ähm, ja, nein. Ähm, wie das rechtlich aussieht, kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich hab aber auch schon erlebt, dass, ähm, in Bereichen, wo Captive Portals eingesetzt wurde, ähm, dass es ein Redirect gab, der auch nur, äh, ohne SSL funktioniert hat. Und so heißt, sobald du eine Seite mit SSL explizit aufgerufen hast, weil Google zum Beispiel deine Startseite ist, ähm, dann hat das einfach gar nicht funktioniert. Dann kamst du gar nicht zum Captive Portal hin. Ähm, ich vermute mal, ähm, dass es so semi-legal ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob da drüber sich jemand schon mal gestritten hat. Aber, ähm, ich denke mal, das ist einfach so, äh, alle Leute haben da so diesen, diesen, diesen Punkt bisher ignoriert. Also, ich weiß nicht. Sonst noch Fragen? Ich kenne es jetzt nur aus der Unify-Doku, ähm, aber es gibt ja diese zwei Modi, dass du sagst, entweder alle Access-Points stellen quasi einen virtuellen Access-Point dar, der Client weiß überhaupt nicht mehr, dass es mehrere gibt, oder, ähm, gibt die Möglichkeit, dass man mehrere hat und der Client sieht auch mehrere, wird aber vielleicht aktiv vom Controller irgendwie von einem weggeschubst, um den anderen zu nehmen oder so. Also, ist das, ist das beides noch akut oder ist man da weiter oder was macht man, was nimmt man oder hängt es davon ab? Also, ähm, der Client geht ja primär nach der SS-ID. Ähm, der guckt nach der, ähm, B-SS-ID und, ähm, guckt dann, äh, wo er sich verbindet und, äh, der Controller schubst dann auch, ähm, die Clients gerne mal. Es gibt Optionen für, dass die Controller, ähm, die Clients, äh, einfach nicht mehr auf ihren, auf den einen Access-Point drauflassen, wenn sie merken, dass ein anderer Access-Point den Client stärker sieht. Ich sehe, Stefan hat gerade das Mikrofon, der, ähm, verwendet diese Unify-APs bei sich im Wohnheim und der kann dazu wahrscheinlich nochmal mehr sagen. Also, ich habe mich gerade mit dem Thema, äh, Unify-Access-Points und, äh, Client-Roaming auseinandergesetzt. Das heißt, Ubiquiti hat einen, äh, recht speziellen Punkt im Bezug zu Roaming. Dieser Zero-Handoff-Modus, den du gerade genannt hast, ist im Grunde nur für Abdeckung in Low-Density-Bereichen, denn der nimmt alle Access-Points auf den gleichen Client und gaukelt einen Access-Point, Entschuldigung, alle Access-Points auf den gleichen Kanal und gaukelt einen großen Access-Point vor. In High-Density-Bereichen wie hier, äh, können wir das nicht machen, weil dann ist die Airtime voll. Was, äh, die großen Enterprise-Lösungen wie hier haben oder an der Uni ist, dass die Access-Points auf verschiedenen Kanälen sind, damit wir mehr Airtime bekommen und der Controller die Clients aktiv auf andere Access-Points stubs durch. Und das passiert durch Disconnects oder besser, äh, das implementiert, äh, Ubiquiti gerade in Alpha-Versionen über die Standards 802.1, äh, 11R, K und V. Ja. Äh, ist die Frage dann soweit, äh, beantwortet? Okay, gut. Ich, 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 ich bin gespannt, was, was sie machen, wenn sie mit allen Buchstaben von den 802.11 irgendwas durch sind. Ja, AC ist. Das wird irgendwann sehr lustig, in 100 Jahren. Welche Diagnosemöglichkeiten habe ich denn, wenn ich jetzt so ein komplexeres Netzwerk aufgebaut habe mit X-Access-Points, ähm, die über eine Wi-Fi-Analyzer-App auf dem Android-Phone hinausgehen? Also, Fluke war vorhin schon angesprochen, was ging jetzt mehr wahrscheinlich um Kabeldurchmessung, aber was für Möglichkeiten habe ich denn da eigentlich? Ähm, einmal diese Wi-Fi-Analyzer-App auf dem Handy, die euch diese wunderschönen, äh, Hügelchen anzeigt, die ist gar nicht mal so schlecht. Also, sie zeigt euch an, was ihr sehen müsst, und das reicht eigentlich in den meisten Fällen schon. Wenn wir, äh, Ausleuchtungen machen von Büros, dann, äh, nehmen die, äh, Hiwi sich ein Access-Point mit, packen den ungefähr dorthin, wo er dann, äh, später auch mal sitzen soll, und gucken nach, wie stark ist das Signal, wo. Da kommen dann jetzt natürlich nochmal diese Sachen zu, mit, ähm, Clients, äh, beachten, aber für Büros reicht das. In größeren, größeren Netzen kannst du dann teilweise echt nur noch hingehen und sagen, äh, ich jag Leute rein und teste das mit Leuten. Ähm, weil du kannst nicht simulieren, dass du viele Leute hast, die Traffic machen, beziehungsweise du kannst es, aber das wird teuer. Zum Beispiel, ähm, manche Enterprise-Hersteller haben dann einen, äh, einen Test-Stand, das ist ein abgeschirmter Raum, da haben die einfach mal 30 MacBooks pro reingestellt, das kann man nicht einfach so bezahlen, ähm, und, äh, hängen dann immer einzelne Access-Points drüber und machen dann Test-Szenarios mit entsprechend dann den, äh, MacBooks, die dann halt eben Datendurchsatz erzeugen, ähm, um das dann sozusagen zu testen. Aber es sind wieder Laborbedingungen, also außer groß Signalstärke messen und rumrennen und Speedtest machen, gibt es da recht wenig, äh, Möglichkeiten. Man kann natürlich eine professionelle Firma beauftragen, weil das ist auch wieder sauteuer. Ich denke mal, für, äh, für so das, was man so normalerweise tut, reicht, reicht einfach, äh, sozusagen, ähm, im laufenden Betrieb testen. Ähm, ich hab noch eine Frage zum Bandsteering. Ja. Und zwar, ähm, was wir jetzt hier sehen und was halt auch, denke ich, Best-Practice ist bei, ähm, manchen Situationen, also best, äh, erstmal Bandsteering darüber zu machen, dass man verschiedene SSIDs benutzt und dann halt die 2-Gigahertz SSID-Legacy nennt, damit das für User irgendwie unattraktiv aussieht, da drauf zu drücken. Ähm, das ist jetzt hier so deployed, aber du hast gesagt, dass Enterprise-Wi-Fi-Lösungen, wie zum Beispiel die Arubas oder andere, ähm, auch ein Bandsteering durch den Controller beziehungsweise ein Access-Point ermöglichen. Ja, also aktives Bandsteering. Warum ist das dann nicht an hier? Also was ist da die Schwierigkeit? Ähm, es ist nicht die Schwierigkeit. Das funktioniert ja auch. In der Uni zum Beispiel haben wir es an. Ähm, wir haben nur jetzt, äh, das, ähm, client, äh, wie kann man das nennen? Ja, clientbasierte Bandsteering, ähm, ähm, an. Also mit verschiedenen SSIDs, weil wir beobachtet haben, dass teilweise die Clients auf dem Kongress zum Beispiel, ähm, ähm, weiter weg von ihren Access-Points kommen, wenn sie im 5-Gigahertz-Bereich sind, schlechteren Empfang haben und auf 2,4 Gigahertz runterdroppen und die Access-Points sich dann einfach alle, äh, im 2,4 Gigahertz-Bereich sammeln und immer weniger im 5-Gigahertz-Bereich sind, alle wieder runter auf 2,4 Gigahertz gehen. Ähm, das hat eben zu Problemen geführt und deswegen haben wir jetzt explizite SSIDs gesetzt, die, ähm, die Leute wirklich im 5-Gigahertz behalten, egal wie schlecht das WLAN ist, ähm, weil sie, ähm, ja, einfach die anderen SSIDs nicht, äh, kennen. Das heißt, äh, wir verhindern sozusagen, dass der ganze Kram auf 2,4 Gigahertz runterrutscht. Man kann das, äh, man könnte das natürlich auch auf, äh, auf andere Weisen, äh, optimieren, ähm, ähm, dass man zum Beispiel möglichst versucht, die Clients möglichst balanciert auf 2,4 und 5 Gigahertz zu halten, aber das finde ich persönlich, äh, nicht so schön und, äh, ja, äh, wir werden für die Freifunk-SSID das Band-Steering anhaben, also das Aktive vom Controller. Da könnt ihr dann ja mal testen, ähm, wie das so ist, ähm, und wie sich das dann genau verhält. Kann sein, dass es mit der neuesten Software-Version schon deutlich besser funktioniert. Noch weitere Fragen? Gut. Ah, Mick nochmal. Äh, da bringst du mich jetzt auf das nächste Thema. Ich hab ja dann irgendwann, als ich mich weiter mit dem befasst habe, einen großen Aha-Moment gehabt, dass ich herausgefunden habe, es gibt sowas wie Minimum-RSSI, also man kann vielleicht auch beim, äh, Controller einstellen, ähm, bei welchem Access-Point, welcher Wert, äh, ein Minimum sein soll an Signal-to-Noise-Ratio, den der Access-Point vom Client hört, also dem Weg zurück, damit ich nicht das Problem habe, dass zum Beispiel der Access-Point durch die Wand auf meinem Smartphone noch zu hören ist, aber andersrum nicht. Genau. Ähm, wie läuft das so? Gibt's da, also was gibt's da für Möglichkeiten? Also, äh, in den Enterprise-Lösungen gibt es da Schwellwerte, die man einstellen kann. Die Enterprise-Lösungen sind ziemlich schön, weil man echt einfach alles einstellen kann. Ähm, ich kann, äh, dann auch wirklich angeben, ab einem gewissen, äh, in gewissen Bereichen, die empfohlen sind, ähm, bis zu welchen, ähm, ähm, Werten die Access-Points noch angenommen werden und ab welchem Punkt der Controller aktiv sie auch auf andere Access-Points roamen soll oder, ähm, irgendwelche anderen Sachen mit denen anstellen soll. Ähm, da gibt's Möglichkeiten, ähm, nur, ähm, die Empfehlung ist da wirklich, dass man sich dann mit, äh, äh, zu solchen Sachen mit, äh, richtigen Leuten, äh, also Experten, äh, auseinandersetzt, also, und mit denen sich unterhält, so, ähm, weil das dann teilweise schon richtig Probleme verursachen kann, wenn man einfach nur ein bisschen zu weit vom Access-Point weg ist, so, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den Access-Point hinten sehe, mich nicht verbinden kann, weil irgendwie Signal einfach zu schwach wird, weil auch so ich jetzt schon wieder Signalverluste habe. Deswegen, aber, äh, da gibt's Möglichkeiten und, äh, damit müsste man nochmal ein bisschen mehr rumspielen. Da hatte ich bisher, äh, an der Uni noch nicht so viel Zeit zu. Sonst was? Gut, dann, äh, denke ich, sind wir durch. Schön, dass ihr da wart. Ich hab, freu mich auch, dass es so voll geworden ist. Gut, dankeschön und, äh, tschüss. Applaus 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 Vielen Dank.